hallo und herzlich willkommen zu taffet gamer das erste video dauert sage und schreibe 51 minuten und 14 sekunden jetzt habe ich mir gedacht ich mache einfach eine art highlight version davon ich einfach die besten clips zusammenschneide so dass einfach die spaßigsten und interessantesten sachen von dieser fahrt seht das video dauert circa sechs bis sieben minuten also das kann sich zeitlich gesehen wirklich jeder anschauen dann wünsche ich euch viel spaß mit diesem video das war nicht so schön so ich erkläre gleich was passiert ist eine zwangsbremsung aber wir müssen noch nicht losfahren der rollt mir schon zurück das gefällt mir nicht das ist dumm ich habe eine zwangsbremse bekommen weil ich die siefer nicht betätigt haben draußen haben sie nicht mitbekommen da ist ganz so schon quittiert und da musste deshalb auch den ganghebel runter geben das dumme ist nur wenn ich jetzt hier die bremse löse rollen wir zurück wir möchten nach vorne fahren wenn wir es einfach mal aus scheiße ich mache das denn jetzt stehe am berg ich glaube ich kann nicht gas geben dann auf die bremse lösen ich glaube das verweigert ja wobei ich kurz probieren ich habe das auf 75 prozent gestellt natürlich gibt es nicht glas das ist ja auch die bremse naja wird schon mal langsamer naja funktioniert scheiße wie mache ich das denn jetzt so ich klicke mal die afb dann haben wir mehr leistung theoretisch so was ist mir auch noch nie passiert das ist jetzt ganz blöd so der elektrische brüder ist natürlich schon mal lösen ach herrje ich weiß wirklich nicht wie der jetzt losfahren soll geht so stark weg auf wenn du die bremsen löst fahr ich ja schon zurück ja es funktioniert Es funktioniert gut. Es hat den klassischen Taruss-Sound. Ich gebe auch gerade permanent Gas, äh Sanden meine ich. ASB 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 Ich habe keinen Radschlupf, das werde ich jetzt aus dem Nichts bekommen. Das ist 100% Leistung bei der Steigung. Das haben wir nicht verstecken, aber ja, viel. Der kann natürlich nicht schneller sein. Ich fahre die ganze Zeit mit Fernlicht. Gell. Den Bahnhof werden sie aber was durch tun. Dann kommt der Weltjet mit Fernlichter her. Ja. 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 Ja.